Willkommen zu meinem Review-Video über den AEG Einbaubackofen BPSZM aus der Serie. In diesem Video werde ich Ihnen eine umfassende Analyse der Produktmerkmale und Funktionalitäten geben, Vergleiche mit ähnlichen Produkten zielen, Testimonials von zufriedenen Nutzern präsentieren und abschließend meine Meinung über das Produkt zusammenfassen. Beginnen wir mit den herausragenden Merkmalen dieses Backofens. Ein Highlight ist die Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion. Bei einer Temperatur von ca. Grad Celsius verwandelt sich Schmutz, Fett und Essensreste zu Asche, die sich anschließend mühelos mit einem feuchten Tuch entfernen lassen. Das spart Zeit und Aufwand bei der Reinigung. Ein weiteres beeindruckendes Merkmal ist das Heißluftsystem Surround Cook mit Ringheizkörper. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Garraum, sodass Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können. Dadurch werden Ihre Ofengerichte gleichmäßig gegart und erhalten eine perfekte Konsistenz. Die elektronische Uhr des Backofens ist schnell ablesbar und einfach zu programmieren. Sie liefert Ihnen Informationen über die Uhrzeit, die Garzeit und den eingestellten Timer. So behalten Sie stets den Überblick über Ihre Backvorgänge. Ein weiteres Sicherheitsmerkmal ist die